Weil das ist eine, soll man sagen, eine Aufpolierung des gesamten Ichs. Ich habe wieder mein altes Lächeln dabei, muss meine Zähne nicht verstecken, die furchtbaren Ecken. Und fühle mich also richtig befreit. Maria ein freies, schönes Lachen zu schenken und dass sie wirklich wieder total befreit ist und das auch spürt, wie andere auch mittlerweile wieder herzlich mit ihr umgehen und dass es von ihr raus auch kommt, das ist einfach was Tolles und was Schönes. Weil wir haben sie so kennengelernt. Das ist diese Prothese, 22 Jahre etwa. Am Anfang saß sie gut, aber der Fremdkörper war sie immer von Anfang bis heute. Ich spüre sie ja ständig. Wenn man Zähne nicht spürt, als Fremd, sowas. Aber der Deckel da oben, der ist wirklich, sollte nicht sein. Sie hatte da eine weiche, flatterige Stimme, wo keine Sicherheit hin war. Diese Befreiung, weil sie vorher natürlich mit ihrer Muskulatur diese Prothese irgendwo stabilisieren musste. Und diese komplette Veränderung des Menschen durch diese Behandlung, das ist wirklich was, was faszinierend zu sehen ist. War sonst irgendwas bei ihr? Alamnistisch war nichts Auffälliges, was irgendwo gegen eine implantologische Versorgung der Patientin sprach. Von daher war das wirklich die Therapie der Wahl, für die wir uns dann mit der Patientin entschieden haben. Du gehst dann vor, einfach mal mit Röntgenbilder. Was benötigst du am Anfang? Wichtig ist, dass wir irgendwo den Patienten digital duplizieren können. Das heißt, so viele Informationen von ihm bekommen, dass wir damit in Ruhe im Team-Approach arbeiten können. Das bedeutet, wir brauchen einen VVT, einen DICOM-Datensatz. Wir brauchen den STL von dem, also den Scan oder die Abformung digital oder eben digital transferiert aus einem analogen Abdruck. Und das Ganze letztendlich zusammengeführt in der Planungssoftware. Das Wichtigste aber ist, das wächst ab oder praktisch die prothetische Position, wo wir letztendlich hinkommen wollen. Dazu brauche ich Maria. Maria eben das Original. So bezeichnen wir ihn an den Patienten. Und Maria hat ja auch irgendwo schon eine Geschichte. Und die Geschichte ist eben, dass ich sie gefragt habe, Mensch, gibt es alte Fotos, wo sie wirklich frei lacht, wo sie glücklich ist. Aber ich brauche als erstes von Dr. Reza Saidi Burr eben zuerst einmal, dass die Prothesen, die wir jetzt alles haben, was eben auch gefilmt worden ist, dass die mal unterfüttert werden, dass die mal einen richtig guten Halt hat, dass man dann eben eine zentrische Registrierung hat, dass man die vertikale Höhe eben bestimmen kann und dann, dass man eben auch einen Gesichtsbogen hat für die Artikulation. Das ist eine wichtige Sache. Wir arbeiten da eben von der Kau-Ebene her mit dem Udo-Plastosystem. Und da wissen wir auch, dass die Kau-Ebene für die Überlebensrate, egal von welcher Implantatversorgung wir jetzt sprechen, aber hier explizit in dem Fall eben bei Maria, dass das die Kau-Ebene, die richtige Kau-Ebene einfach für die entscheidend ist. Und für was ist die Kau-Ebene eben noch entscheidend? Und zwar für die richtige Sprache, die richtige Aussprache. Das merkt man gleich beim Menschen. Dann eben auch für die muskuläre Funktion, dass die Patienten, die tun immer so ein Wackeln mit dem Kopf und im Grunde genommen hat nur die Funktion nicht gestimmt. Oder eben auch genauso eben fürs Lachen, für die Smile-Esthetik. Und das haben wir ja gehört, das macht sie gerne. Und auch eben für die komfortable, neuere Muskulatur. Und dann beginnt es eben auch am Anfang ganz klar die Gesichtsanalyse. Und dazu möchte ich Sie einladen, einfach sich dieses Video dazu anzuschauen, wo ich das eben ganz klar erkläre. Und dann wird als nächstes das alles einprobieren. Ja, muss man da jetzt wirklich so weit sein und so gut schon sein. Die Patientin muss sich wiedererkennen. Und die Kunst wird erst später folgen. Aber das muss jetzt nochmal fürs Design, muss das reichen. Und jetzt, im Grunde genommen, ist das deine Aufgabe, wo die Implantate jetzt hinkommen. Genau. Und dafür brauche ich die Vorarbeit von euch. Denn ohne die prothetische Position kann ich letztendlich die Implantate nicht platzieren, weil ich natürlich den Bezug brauche. Ich brauche den Bezug, woran werde ich mich später orientieren. Und das Ganze haben wir hier einmal zu sehen, dass wir den DICOM-Datensatz haben. Wir haben den STL-File von dem Oberkiefer hier, in diesem Fall den Abdruck digitalisiert. Und auf das Ganze drauf brauchen wir natürlich, wie ich eben gesagt habe, die Position von den Zähnen. Wo wollen wir letztendlich hin? Und das Ganze natürlich in einer Software zusammenzuführen, in das Mob-Software, dass man selber einfacher lernen kann oder auch eben von DICOM da gute Unterstützung bekommt, die einem da helfen, dass man die Datensätze richtig zusammenfügt. Und hier entsprechend das Wichtige im Oberkiefer, dass das DVT auch so gemacht wird, dass man da mit der Zunge genügend Abstand vom Gaumen hat, dass man das Matching über den harten Gaumen durchführen kann, weil wir hier eben entsprechend keine Zähne haben, was sonst eben die einfachste Möglichkeit ist, das Ganze zusammenzuführen. So, letztendlich wollen wir nicht nur in der Oberkieferposition, sondern auch die Unterkieferposition bei einer bimaxillären OP. Das Problem ist natürlich klar, ein bisschen bekommen wir da hin. Und grob orientieren wir uns von der Implantatposition daran, dass wir mit dem distalen Implantat ungefähr im Bereich von 4er bis 5er sind und bei dem mesialen Implantat oder anterioren Implantat im Bereich von 2er bis 3er. Dann ist es das Wichtige, dass wir die Implantate da so reinsetzen, dass sie ausreichend im Knochen sind und man einen gewissen Spielraum auch hat. Weil natürlich ist diese Guided Surgery eine Sache, womit wir eine Präzision erlangen, aber man sollte immer einen gewissen Spielraum einplanen, um wirklich da sicher zu gehen. Und letztendlich, das hintere Implantat wird zum einen aus anatomischen Gründen, um einen Knochenaufbau zu vermeiden, zum anderen zur Vergrößerung des Belastungspolygons angoliert nach Distalgesetzen. So, und hier ist eben auch das Wichtige, dass ein System das voll komplett darstellen kann, von Anfang bis Ende. Das bedeutet, ich möchte nicht nur mein Implantat digital planen können. Ich möchte auch planen können, was für einen Aufbau habe ich da drauf und natürlich möchte ich das Ganze auch komplett fully geile umsetzen können in der OP. Das bedeutet, ich brauche nicht nur meine Drillbohrung, sondern möchte ein System haben, wo auf das ich mich verlassen kann, dass ich da von A bis Z alles komplett durchplanen kann und das kann man mit dem Chemlock Progressive Line Guided System sehr schön umsetzen. Was ich dann als nächstes tue, nachdem ich meine Implantate grob ausgerichtet habe, dass ich in die axiale Schicht reingehe und einfach mal durchfahre für jedes Implantat einzeln. Gibt es Bereiche, wenn ich die leicht nach vorne, leicht nach Distal setze, wo ich bessere Knochenverhältnisse habe. Und dafür ist die axiale Schicht am besten, um das auszunutzen, die darin exakt zu positionieren. Wichtig letztendlich ist auch bei dem Distalimplantat, wo wir dann entsprechend mit unserem Komfortabattement, mit dem angolierten Komfortabattement arbeiten, dass wir da auch keinen Knochen im Bereich haben, der uns stören kann. Hierfür ist es super, dass man einen Bohrer hat, einen Profilbohrer, mit dem man sich den Knochen so gestalten kann, dass diese Komfortabattements ohne Interferenz mit dem Knochen da einfach zu inserieren sind. Und das Tolle letztendlich an der ganzen Guided Planung ist, entweder, ich mache keine Guided Planung, brauche einen riesengroßen Koffer mit allen möglichen Aufbauteilen und per Try and Error mache ich sie auf, probiere sie an, passt oder passt nicht. Wie wir das aufmachen, bedeutet auch immer gleich, das Teil muss gekauft werden, das kann man nicht zurückgeben. Und das ist wirklich das Schöne in der Guided Planung, dass wir hier die Komfortaufbauteile eben schon digital reinsetzen können. Wir können schon probieren, indem ich ein bisschen mehr so drehe, wo komme ich da raus. Und das ist heutzutage wirklich ein enormer Vorteil, der auch gerade von der Logistik extrem Sinn macht, weil man sich auf viel weniger Teile beschränken kann und eben schon sieht, welche Angulation passt am besten. Und auch für die OP schon weiß, wenn ich das entsprechend hier reinsetze, muss ich eigentlich beim 5er Mesia oder beim 6er, je nachdem, wie man es geplant hat, rauskommen. Und das Ganze vorher schon zu wissen, dass man das in der OP intraoperativ umsetzen kann, ist schon wichtig. So, und jetzt werden die Daten wieder getrennt. Und dann kann man sich schon durch den STL-File ansehen, wo es eventuell Komplikationen geben könnte. Und deswegen probieren wir das einfach mal vorab, bevor überhaupt die OP stattfindet, schon mal aus. Ja, eben Modelle gedruckt, dann das Profissorium gefräst. Und hier sehen wir schon, dass man das jetzt für den Zahnarzt oder eben für den Choralschirurg schon für die OP vorbereitet hat, dass man im Grunde genommen nur fast die Mund so drauffallen lassen kann. Und dann auch gleichzeitig so polymerisiert. Und da möchte ich eben auch sagen, bitte den richtigen Connector verwenden, dass der wirklich ein guter Verbund eben ist. Aber hier haben wir eben auch kleine Modifikationen schon vorgenommen. Und wie man hier im Unterkiefer auch schon sieht, habe ich schon gesagt, du siehst es, ja, du siehst es, ja, bitte da eben vom Knochen her etwas reduzieren. Das könnte mir Probleme machen, dann eben in der definitiven Konstruktion oder eben Reinigungsprobleme für die Patientin. Genau, absolut. Jetzt, wenn wir zur OP kommen, um das kurz und präzise zusammenzufassen, Guided Surgery ist was, das macht einem das Leben leichter. Nutzt diese Tools. Was das Wichtige ist dabei, dass ihr darauf achtet, dass der Guide eine gute Stabilität hat und Präzision. Wenn er irgendwo rumruckelt, das könnt ihr gleich vergessen, dann könnt ihr die tollste Planung machen, ihr werdet das nicht zum Ziel hinkriegen. Das andere Wichtige, ihr braucht ein Implantatsystem mit einer sehr guten Primärstabilität, auf die ihr euch verlassen könnt. Weil entscheidend ist, das, was ich geplant habe, will ich letztendlich auch belasten in der Konstruktion, ganz wichtig. Und zu guter Letzt, das Tolle ist an der Guided Surgery, ihr könnt gleich mit den Aufbauten schon spielen. In welcher Angulation ich welchen Aufbau benutze, um vorher auch schon zu wissen, wo muss ich rauskommen, das erleichtert einem das in der OP extrem. Und was nicht zu vergessen ist, dass so eine Konstruktion langfristig stabil ist, ist ganz wichtig, die biologische Breite vom Zahnfleisch. Das heißt, vorher schon zu wissen, welche gegenüberhöhe ich benutze, ist essentiell. Und so hast du das dann ja auch durchgeführt. Absolut. Und dann kommt die Patientin ins Labor mal wieder. Und wir schauen uns sie an. Und sie redet. Und man sieht das Professorium wieder. Und hat das im Grunde genommen geklappt. Und jetzt kommt jetzt, ich sage mal, die Kunst. Und die Kunst sieht dabei so aus, dass wir das der Patientin altersgerecht anpassen, dass die Okklusionsebene eben kontrolliert wird. Und dann kommt die Kunst.